Hallo, die Zensur ist wieder einmal stärker als die freie Meinung und die freie Meinungsäußerung und der offene Meinungsaustausch. Also tausche ich mich eben hier über ein Video aus. Worum geht's denn? Also, es geht um einen Kanal, der nennt sich IMAN TV. Ganz schön hochtrabend. Also, ein Video, was ich nenne, ihr seid zurückgeblieben. Debatte Islam in Europa, Dialog Nummer 28. Ist das denn eine Debatte? Nö. Ist das überhaupt ein Dialog? Nö. Hier wird gelogen, dass sich die Balken biegen und er, der Apologet, beschwert sich, dass er verleumdet wird. Okay. Nach dem üblichen Ritual Singsam bekommen wir einige Behauptungen eines älteren Herrn mit. Und ich werde jetzt nicht den gesamten Inhalt analysieren, sondern nur zwei Punkte erwähnen. Nämlich der erste ist, bei 4 Minuten 25 behauptet der Muslim, uns ist vor 1400 Jahren ist der Frau Rechte gegeben worden, die Frauen heute nicht einmal besitzen in der westlichen Kultur. Uns ist vor 1400 Jahren ist der Frau Rechte gegeben worden, die Frauen heute nicht einmal besitzen in der westlichen Kultur. Wie bitte? Welches Recht genau hat denn ein weiblicher Moslem, das eine Frau in, sagen wir mal, in Deutschland heute nicht hat? Und hier nur zum Vergleich das Grundgesetz eines Landes in Europa, nämlich Deutschland und die Stellung der Frau. Und dann das Grundgesetz des Islam und die Stellung der Frau. Das heißt, wir sehen hier sofort, glaube ich, einen kleinen Unterschied. Weil in Deutschland darf eine Frau frei entscheiden, wann und was sie essen möchte, was sie an Kleidung tragen möchte, wie viel Make-up und Schmuck sie anlegen möchte. Sie kann an den FKK-Strand gehen, sich mit Männern unterhalten und sie umarmen und sogar küssen, wenn sie es denn möchte. Sie kann ein Jumbo-Jet fliegen oder Evolutionsbiologin werden. Sie darf selbstständig ein Konto eröffnen und alleine Urlaub machen, wo sie will. Sie kann Wohnungen kaufen und selber entscheiden, wann und mit wem sie in welcher Position Sex haben möchte. Sie kann ganz alleine Wertpapiere erwerben und sie erben oder vererben. Sie kann einen Muslim heiraten oder auch nicht. Sie alleine entscheidet. Sie selber entscheidet, welche Organisation, welche Spende von ihr erhält und was sie ehrenamtlich macht. Sie selber entscheidet über ihre Klitoris und ihr Verhalten während der Menstruation. Eine Frau in Deutschland kann ohne Erlaubnis ihre Wohnung verlassen und sogar das Land, ohne dass ein männlicher Vormund davon unterrichtet wird. Dies alles ist für eine Frau, die heute im 21. Jahrhundert im Ursprungsland des Islam lebt, nicht so möglich. Weil laut Koran darf der Mann vier oder neun Frauen heiraten. Die Frau muss mit einem einzigen Mann Vorlieb nehmen und ihn gegebenenfalls sogar mit anderen Frauen teilen. Weil ja der Mann viel wichtiger ist und im Falle einer Schwangerschaft nicht festgestellt werden kann, wer denn jetzt der Vater ist. Weil der Vater ja viel wichtiger ist als die Frau und wir ja noch im 7. Jahrhundert leben, wo es keine Vaterschaftstes gibt. Und hier sind nochmal ein paar Äußerungen aus dem Koran. Und alleine das Erbrecht hier ist völlig klar und völlig frauenfeindlich. Warum erhält der männliche Teil doppelt so viel wie der weibliche? Die Aussage hier in dem Video über die Rechte der Frau im Islam ist also nicht nur eine dreiste Lüge, sondern der blanke Hohn, da ja die Frau im Islam brutal unterdrückt werden kann. Ist denn hier die Zielgruppe nur diejenigen unter uns, die verblödet, alle schlucken, ohne zu denken oder mal etwas zu überprüfen? Mann, Leute, werdet doch mal erwachsen und lasst euer Gehirn mal was Sinnvolles machen. Okay, dann kommen wir jetzt zum Zweiten mit dieser Zensur, weil sowas ärgert mich wirklich. Ehrlich, das ist so idiotisch. Weil während ich mir das Video angesehen habe, war ich in den Comments und habe das Video kommentiert, so wie das halt vorgesehen ist. Und dann zwei Tage später wollte ich in einem Podcast dieses Video und den unehrlichen Inhalt als Beispiel erwähnen, wie Muslime durch Lügen und Falschaussagen Nicht-Muslime ködern und denen vormachen wollen, ach der Islam ist doch ganz harmlos. Das übliche Weichspülprogramm eben. Und da bemerkte ich plötzlich, dass mein Kommentar einfach fehlte, weg war, futsch. Und als ich mich dann später wieder mit meinem normalen Namen angebildet habe, war der Kommentar wieder sichtbar. Aber nur für mich. Und das ist reine Heuchelei in meinen Augen. Mein Kommentar vor anderen zu verstecken und mir vorzugucken, er sei noch da. Das war nicht ehrlich, oder? Warum haben diese österreichischen Islamapologeten nur so eine Angst vor mir? Es sind doch nur Worte, kritische Worte, sachlich und faktisch korrekt, aber es sind nur Worte. Ich sage doch die Wahrheit und sonst gar nichts. Und vor der Wahrheit laufen die weg? Irgendwie ist das schon schmerzlich, wenn so vielen Muslimen das kritische Denken fehlt oder aberzogen wurde. Sehr schmerzlich sogar. Und dann noch zu sagen, es geht um die Wahrheit, ist schon unverschämt. Und dann solche Aussagen zu behandeln. In Saudi-Arabien leben 6% Christen. Schlimm, widerlich, ekelhaft, abstoßen, kindisch, das ist albern. Warum machen diese Idioten den Islam zu einer Ideologie des Lügens und des Betrügens? Warum geht man, wieso gibt es keinen ehrlichen Moslem, der mal zu denen hingeht und die mal ermahmt und sagt, Kita, ihr seid Heuchler. Wieso bekommen die da nur Beifall? Das verstehe ich nicht, warum ist das so? Okay, das ist mein Kommentar jetzt. Hoffentlich sehen das jetzt mehr Leute als diejenigen, die nur die Kommentare gelesen hätten. Dankeschön. Vielen Dank.